Oh yeah liebe Leute, Willkommen zum nächsten Part von Let's Bring Mirrors Edge Wo wir in diesem Part zurück sind und Wo weiter müssen Zu einem Gebäude Zuerst müssen wir hier nach oben Ich meine jetzt die Methode ist irgendwie eh am coolsten Hier an die Wand und danach perfekt rüber Methode Man kann hier runter Da könnten wir Boah, knapp Warte, warte, warte Wand lang Hier ist alles zu Weiter gehts auf nach oben Oh Warte Gut er geht Okay. Warte, waren wir nicht hier? Ja, waren wir schon. Scheiße. Das ist doch nicht gut. Was wollen wir da sitzen? Ach so. Warte nach oben. Das passiert halt, wenn die Orientierung für die Katze ist. Das passiert halt, wenn die Orientierung für die Katze ist. Das passiert halt, wenn die Orientierung für die Katze ist. So. 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 ich muss da drücken ich bin da echt für zu dumm für so etwas was wie kurz ist das denn bitte ich schlag dem nur einen in die fress es ist unfair gewesen dass er jetzt mich erwischt hat alter ich darf da einfach unten drunter durch was muss ich doch da hoch was in der unfall scheiße ist das dass man dann das ist ein bisschen unfair dass es dann so ist Okay. Okay. Bam! Oh shit, Alter. Alter. Das ist, deswegen finde ich Kampfszenen bisschen blöd. Was? Der auch nicht sofort? Achso, die haben über die... Hä? Kann der über deinen Granaten hingehen? Mann, das Spiel ist doch total unfair! Hör ich das an? Bin schon so gut wie tot? Ja, hauptsache das. Ja, ja, ja. Genau deswegen mag ich das Spiel an solchen Stellen nicht. Ich liebe die Runner-Stellen, aber diese scheiß Angriffsstellen, die man angreifen muss... Also... Ich habe Rechtsklick gedrückt. Das ist eine Unverhör... Danke, Alter. Danke, Alter. Danke. Ich habe es fast gehabt, Alter dieser Raum ist so nervig. Aber es gibt glaube ich wird noch einen sehr viel Schlimmer genommen... Das ist das größte Problemchen da waren. Ich hab doch gedrückt. Ich bin schon schuldig wieder. Das sieht aus, als wären die PK-Büro sehr irgendwo vor dir. Da will ich nicht sagen, ne? Ja. Ich geh einfach nur da drauf. Ich geh auch mal anders drauf. Alter, solche Stellen find ich bisschen unfair in dem gesamten Game. Was man da halt übelst arg in die Fresse bekommen kann. Da stand, dass ich eine der Verdächtigen mal immer aufreibe. Eindringlich in der Nähe der Ladebucht. Alle verfügbaren Einheiten und ausdrucken. Oh fuck. Oh man. War einfach gar nix möglich. Was ist denn da entlang? Ja. Okay. Ich dachte, das Gas bringt mich auch um. Aber irgendwie scheine ich wohl nur scheiße zu denken. Na gut. Ist ja nicht schlimm. Ich kenn mich ja auch in dieser Stadt nicht aus. Ich muss da drin hinter der Förderanlage einen Weg geben. Okay. Ich weiß, da wollen wir rein. Da müssen wir da irgendwie rein. Damit das Förderband da durchgeht. Wenn das Förderband weitergeht, dann haben wir es. Aber wir müssen da entlang. Da irgendwie hoch. Hier ist eher die Stelle dafür. Schnell bevor sie dich finden, Faith. Was weiß ich. Kannst du mich bitte lassen. Ich brauche leider lang. Spring doch nicht ganz runter. Du Irre. Oh man. Danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Die du nicht nutzen kannst. So. Das ist mein Darmtank. Und da. Hier. So. Ich bin mal oben drauf. Der auf dieser Seite. Du. Da ist es. Sch*******. Schlell raus. Schlell raus. Schlell raus. Anlagenbereich. Einheiten 2 und 8. Zur hohen Bereich A2. Hören wir da nicht? Wirst du gleich unter dir sein? Unter mir? Fuck, 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 fuck. Jetzt auch nicht entlang. Und hier? Hier sind wir hergekommen. Wir müssen aber weiter nach unten. Wir haben das vergessen. Ah, ja. Kein Wunder, wenn man die falsche Taste drückt. Zum Glück brauchen die echt lange. Ich habe auch irgendwas zu schaffen. So gut, so für uns. Und damit wir unsere Zeit haben, hier in aller Ruhe zu... Oh, das ist krank. Gut. Äh, verdammt. Wirst du gleich unter dir sein? Okay. Da sind wir abgesagt. Und sehen sie mich? Habe ich schon gesagt nicht. Runter. Wupp. Ah, so spät es geht runter. Also hier, bam. Wirst du gleich unter dir sein? Na. Nehmen wir einfach eine schnelle Methode. Warum nicht? Meine Knochenbrüche sind uns eh egal. Anscheinend. Ich muss da echt in Richtung Moment springen. Nein, nein, nein. Wollte gleich unter dir sein. Wupp. Wupp. Es muss doch so entlang gehen. Wollte ich gar nicht so... Wägt man sich einmal rum, schon wollen die Kopfhörer gar nicht mehr. Das ist... echt scheiße. Na, wenigstens auf einem Ohr. Ist ja eh bald vorbei der Park. Was muss man noch so schaffen? Sag ich doch. Was? Ach. Ach. Okay. 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 Okay.